Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Projekt hier mit, ihr seht es schon, Magicka 2! Jawohl! Und drei Viertel der alten Gang ist wieder da. Und ja, Chosen Move Zephyr hat sich noch nicht entschieden, ob er das Spiel kaufen möchte oder nicht. Deswegen sind wir erstmal zu dritt und starten auch direkt mit dem Prolog. Ah, ein Visitor! Stay a while! Stay forever! Well, I mean, stay as long as you wish, and I will tell you a story of wizards. Just wizards, no vampires. Once upon a time, in a land known as Midgard, there was the noble Order of Magic. The wizards of the Order lived in a great castle called Alderheim, where they studied the fine art of spellcasting. They often lend a helping hand to the less gifted inhabitants of Midgard, defending them against monsters, running fetch quests, and at times, even saving the world! In time, the Order of Magic began to expand into new frontiers, founding new schools all over Midgard. However, this short time of prosperity would come to a brutal end. An evil presence infiltrated the Order of Magic and sowed the seeds of civil war between the schools, marking the beginning of the legendary Wizard Wars. As the wars raged on, the wizards' numbers dwindled. After dying and being revived countless times, they began to deteriorate. At the end of the wars, only a handful of wizards remained. Blabbering, violent, confused, never invited to parties, their purpose and sanity unraveled. Without their protectors around to accidentally burn the crops, kill all the livestock, and incinerate most of the townspeople, the humans rejoiced, and entered what came to be known as the Golden Age of Man. In this time of relative peace and calm, the gentle winds of time ruffled the sensitive braids and beards of the seers of the world. The greatest of them all was Nostrir the Soothsayer, and his vision was clear. A child, infused with all the stray magical energies released during the devastating Wizard Wars, had been born somewhere in Midgard. Once of age, this child would possess limitless power over the elements, and thus the ability to make the world a better place, free of suffering for all. But the prophecy also spoke of a shadow. A shadow which intends to seize all of Midgard, and for its first step, it would prevent the child from ever realizing her power. These dark tidings at hand, the handsome teacher Vlad decided to end his well-deserved multi-decade-long vacation and travel back to Castle Aldraheim. There he hoped to find one to four brave wizards, and only to give the glorious quest of saving the world. One to four wizards. Very nice. You can play the Nona with three friends, it's true. Oh yeah, wonderful. Trollgub, you wander quite your own teeter at Vipscastle Poof. Vipscastle Poof! Vips Labour! Vipscastle Poof! Vipscastle Poof! Vipscastle Poof! Vizzade! Vipscastle Poof! Die Helpy Midgard und so weiter. Er klebt einen hohen Berg, klärt euren Gedanken und Schritt 3? Zing! Ach guck mal, guck mal wer da unten liegt. Guck mal wer da unten liegt. Oh Mann. Herrlich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Graf erst angefangen. Uh, hier ist was. Spaß. Oh, was haben wir denn hier? Erde. Ja, das kennen wir ja alles schon aus dem... Hallo. Ach ja, herrlich. Micha, bist du noch da? Hallo? Ah! Hm. Passiert. Also Mammel ist da noch drin. Au! Okay. Ja. Ja. Malalala. Ich bin es eigentlich auch mal. Wird einfach ins Feuer. Das ist einfach Zeit. Aha. Ja. Aha. Ich bin es eigentlich auch zu einer Zeit, als ich auf einmal kontaktiert werde. Noch einmal. Können wir nicht eigentlich die Roben und so weiter noch festlegen? Oder... Gibt es noch nicht für einen Prolog? Äh... Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Äh... Okay, ich nicht. Oh Mann. Der geht's. Mal cool. Ich hab keinen Ton mehr. Also kein SFX. Musikabinius. Ja, genau. Kann ich das jetzt? Äh... Also ich hab ganz normal noch alles. Ah, jetzt. Oh, ein leeres Buch. Das ist ja... Ah da. Frontalzauber. Selbstzauber. Und... Gebietszauber. Was... Was sind das eigentlich für, äh... Für Dinger? Arkaden, ne? Auf zum nächsten Gebiet. Das wäre alles. Das sind immerhin... Wasser bewegt zwar keinen Schaden, kann jedoch... Ziele bewegen und durchnetzen. Die dritte Hand ist die beste, Leute. Ja, und die Legohand. Sehr schön. Tch. Tch. Hm. Okay, fortfahren. Oh, yeah. Chikitabau. Chikitabau. Das... Tickle-Gens. Hm? Hm? Hast du den Geschoss genommen? Das ist doch nicht strahlen, Leute. Ja. Blitz ist besser, um elektrische Geräte anzutreiben. Ja, was? Was muss ich nicht begießen? Ja, das ist ja schön. Ja, okay. Einfach nach rechts lang. Ja, ja. Bemerkenswert. Das Schlusswort. Das ist ja meistens eine Ruine, aber dieser Brunnen tut es noch. Aber das sieht ziemlich gut aus. Sehr schön. Tch. 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 Hau ihn! Kann ich mal bitte einer heilen? Meine Robe verursacht... also... mit einem guten Heal-Zauber Chris Schenker! Yay, Übungsschwert Der hat glaube ich noch einen Übungsstab Ah, ja Halt Scaliwagger Speller näher die Klinge niederknapp Twinkler Star des Swasher Booker Ha 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 Yarr! Mordor! Au! Vielleicht passiert jetzt irgendwas mit dem Stein Und der Zauber wahrscheinlich nicht mehr Ja, für irgendwie an die 10 Hits Der erste soll der stärkste sein Dies ist das zweitgrößte Fortschrittshindernis das ein Zauberer je sah Und? Die Mauer kann man jetzt mehrfach haben? Oder auch nicht? Nein Die äh... simplen Verzauberungen gehen mehrfach Okay, kann man nicht nochmal pushen Schade Au! Ha 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 Ich find das das so Also French Ah! Glomski Ha 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 Jetzt fehlt seine Hand Catch! 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 Ha 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 Jetzt ist das leid Äh... So, so! Bis zu drei Freunden Bis zu zitteln Ja Äh... Oh, hier ist was schreckt Kapitel 3 Achso, ja, das kennen wir ja schon Ah, wer erinnert sich noch an diese tolle Brücke? Ha 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 Oh nice, wir haben Haste freigeschaltet Und seltsame Thode Nummer 2 Und Leben Nummer 3 Und Robe des Zauberers in Weiß Schön Ja Fortsetzen 8 von 10 Unlocks gefunden Herrgott, jetzt gibt es Unlocks pro Level Ha 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 So lächerlich Da werden wir noch eine Weile zu suchen Komm, komm, wir gehen mal nach oben Entschuldig Erstmal den offensichtlichen Weg Zum... zum Jovakin Hey! Schrappiter, Sir Diva Java Farber Teller Teller, Mister! Oh, da wurde was gedruckt Zaubererschwert Achso Achja, der Jovakin Der ist echt super Der Arme Was zur Hölle, was ist das denn? Achso, das ist seine Kappe, die da noch liegt Hupsack Achso Loll Für das Vogel aus Aber nur... Gret a New York Et ihr willkommen Der Utendependent fest Segen ete quise schämt Je war dem... Fest der gegenseitige Abhängigkeit Hem 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 Je war debe Abfall Jugendat in vernachte Äh Spatzel in jexe Nachstemann Tch Na toll Je war debe Abfall Jugendat in vernachte äh, spazieren M-M-Nachweis Runter von unserem Feld Was passiert eigentlich wenn man alle umschmeißt Treffer Geil, dafür gibt es ein Achievement Oh Leute Leute Kann man nicht schieben Nicht vergessen Käse, Milch, Eier Sehr schön Aha Fröhlichen Tag der gegenseitigen Abhängigkeit Happy Internet Sehr schön Oh ja, herrlich Meinst du das bringt was? Die beste Subvention in dem Set Ah ja genau, die Musik Woo Party Ist das cool, aber es gibt kein echtes Innen Wie kuschelig Lass mal die blauen Fässer kaputt machen Ja sicher Oh, der Tisch brennt Ich hab alles runtergeschmissen Ich hab alles runtergeschmissen Warum tötest du sie alle? Weißt du das gibt ein Achievement? Alles ruiniert Pferdokflüsterer 1 von 3 Ich bin tot Ähm Du Ah, sei mir da Wie ist die Reagieren endlich darauf, wenn man euch tötet? Ist das nicht schön? Okay, jetzt haben wir alle umgebracht Wie war das? Accident's Happ Kein Party-Crasher Achievement Oh, warte, 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 da unten ist noch was Was ist das denn? Hier, hier, aber ich hab auch eine welche Äh, genau, hier vorne Oh mein Gott Leute Was tun wir hier? Wir crashen die Party Aber so wütend Laufen wir doch nicht in die Schicht vorne That's what we do Fancy Explosions Da ist einer weggelaufen Was? Nicht geflogen War eine gelaufen? Okay, ne, das war doch wohl die Leiche Ja, meins Ach, die Leiche ist weggeflogen Äh, laufen wir Ja Oh, guck mal, hier sind noch Gäste Ah, aha Nicht mehr lange Na, der Weich, den Helpen Au Nein, Arcane Explosions sind systematischer Aber auch gefährlicher Danke Reicht Ah, ja, der Hammer Kann man das umstoßen? Nein, aber man kann das an Entfernung bist du mit weniger als 2 Meilen Ha, 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 ha Du mein Meilenstein Ah, ehrlich Wackenwizard Hier, nimm den Hammer Nimm den Hammer Es gibt nen Hammer? Wo? Ja, direkt davor Der liegt hier So, da Der Hammer Hau den Zauberer Hau den Zauberer Wie demütigend Geht mir den Stab, ach so Oh, schau, das geht nicht Was? Ich kann keinen Wackenwizard spielen Hau Hier in meinem Schnabel Der Schlag und der Schmer Auf Auf Ach Ach Ah 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 Was? Ich nicht Was ist mit den roten Fässern? Müssen wir die auch kaputt machen? Au. Ja! Hahaha, okay. Rätts bitte. Au, Moment, ich bin noch nass. Danke. Du kannst einfach 4 drücken. Wir können uns natürlich auch gegenseitig mit Elektro, äh, uns alle mit Elektroschild buffen und dann die ganze Zeit, äh, eine Elektroattacke benutzen und uns damit gegenseitig heilen und die Gegner schaden. Aaaaah! Ah ja, genau, wir müssen die blauen Finger zerstören. Arkananteile sind jetzt böse, Leute, wir müssen vorsichtiger mit Schweine sein. Leute! Ich wollte es kriegen! Jolo! Man lebt nur einmal. Hahaha, ist schön. Das arme Strohgeschöpft. Oh mein Gott! Dieser arme Stroh. Werte? Goblins? Nicht mein Arbeitsbereich. Ja, ja, Beamte. Ich finde das einfach super. Ah, hier kommt man... Brenneltisch! Ach! Igitt! So fängt man sich Ameisen ein. Ah, toll, die Ameisen da unterm Dingens. Das ist schön! Ah, herrlich! Wenn wir Partycrashen können wir ja noch gar nicht mehr. Gibt es echt kein Partycrash-Erschiebment? Ja, mal gucken. The Showstoppers! Ah, herrlich! Ach ja, man kann verschiedene Markinen auswählen als Quickcars. Wie praktisch! Ah! Aber Leute, wisst ihr was? An der Stelle müssen wir auch eine kleine Pause einlegen. Denn wir sind bei 20 Minuten gekommen. Oh nein! Ja, ja! Jetzt pullen ich den nächsten Gegner hier. Siehste, da kommen sie schon! Ze, 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 ze! Jaaaa! Ich verabschiede mich. Ich hoffe natürlich, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahinten macht's gut, haut rein! Ja, wir sehen uns dann. Wie?